Eine Blume Ich denke, ich, darum sind sie ein Zeichen, Maria für dich. Alle Blumen, alle Pflanzen, das was Blut bringen wir, zu der Mutter von Jesus, ja Maria zu dir. Du hast Gottes Sohn geboren, hier ist es Lebensjahr. Alle Menschen und Tiere und Blumen schützt ihn. Du, Maria, bist die Blume für dich, die sie sieht. Du bist Lebensjahr, bei uns, was auch immer geschieht. Eine Blume kann bedeuten, ja, ich habe dich gern. Sagen wir, wir Maria, der Mutter des Herrn. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020